Sie machen mir ein Angebot? Aha. Du lass dich nicht wieder anschnacken, Mensch. Du hältst den Rand. Hast du Geld dabei? Mediamarkt präsentiert Olli Dittrich in Unsere hartesten Kunden. Bum, bum, bum. Er gehört zu mir. Hallösche vom Fösche, was ist Schnäppchen? Eins hast du an, verstehst du? Du mit den Gummi rein, ich finde es sieht aus wie eine Ente. Du hast doch gesagt, wir kaufen Kühlschrank. So wie du kochst, gucke ich lieber Fernsehen. Komm sie mal her. Ich bin nicht so nah ran. Bist du nackt? Sehr gern. Ich bin eben ein Mann von Welt. Du bist eine alte Loche. Die Morgene, die Morgene, die Morgene. Das Wasser, was in diesen Rechner reingeht, kommt nicht wieder raus. Interessant. Ich so nein, 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 das höre ich immer nur nein, nein, nein. Das, 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 das ist billig und das ist auch gut so. Jetzt sind wir auf Schnäppchen-Level. Jetzt im Tarnsehen. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Das kauf ich euch ab.